Kackst du Hühner? Warum kackst du Hühner? Ich habe mir heute ein Spiel runtergeladen. Ein Spiel von diesen Leuten. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wer so cool ist, das muss ich auch mal spielen. Deswegen spielen wir heute Totally Aggregulated Battle Simulator Open Alpha. Die kann man sich nämlich runterladen inzwischen auf der Seite von nochmal diesen Leuten. Finde ich geil. Deswegen machen wir das heute. Wenn euch das gefällt, gerne Daumen da lassen. Ansonsten, wenn ihr noch dabei seid, gerne ein Abo. Das wäre sweet, Digga. Wir stehen kurz vor den, ja, gerade 12.000 Abonnenten geknackt. Sicker Shit. Viele machen das. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wir legen los. Play, Digga. Ich habe gar keinen Plan, was geht. Level 1. Wie macht man irgendwas? Wikinger. Headbutt. Okay, gut. Das sieht nicht gut aus. Ich will irgendwie ein Geiles haben. Dieb. Noch ein Dieb. Was sind geile Leute? Scharfschützen sind immer gut. Ich kenne euch alle noch nicht. Aber ich bin sicher, wir wären gute Freunde. Aber gut, Sperrmänner sind immer gut. Immer merken für die Zukunft. Mann mit Sperr. Geil. Okay, man kann sich bewegen. Ich komme klar. Shit. Jetzt habe ich meine eigene Leute niedergeschossen. Sperrmann. Riechkranke Motherfucker. Was geht denn bei dir ab? Warum, Billy? Nein. Na, Napoleon. Gucken wir mal. Was geht das hier? Was geht das hier? Das ist die Frage. Chickenman. Der fickt die alle. Ich glaube an dich. Chickenman. Kackst du Hühner? Warum kackst du Hühner? Er hat die Hühner gekackt. Was bist du? Was kann Asien denn? Samurai Master. Achso. Ich will zwei Samurai Meister. Einen für den Block, einen für den Block. Are you ready? 100. Wenn die auch wieder Hühner kacken, Alter. Dann geht es richtig ab hier. Go Asia. What the fuck? What the fuck, Alter? Was geht denn ab bei euch? Genau. Jetzt hilf ihm. Hilf ihm. Hilf ihm. Sen Senpai. Junge, die Samurai Meister. Was für eine Eskalation. Wie geil die sind. Die sind mega OP, Alter. Ich brauche einen. Was geht? Ninja Meister. Hol dich dazu. Und einen Samurai Meister. Die machen das alleine. Ich habe 300 übrig. Don't give a fuck. Jetzt geht es los. Jetzt Ninja. Oh shit, die haben Schilder. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Oh, jetzt geht es ab. Oh, Digga. No problem. No problem. Digga, Samurai Meister. Er ist aber am Eskalieren. Was bist du? Nein. Nur wegen dem Schild, Mann. Okay, wir brauchen was, was durch Schilder spricht. Spricht besonders. Oh, Chicken Man. Nein, nicht nochmal. Hillary? Hillary Clinton? Wir machen es einfach ganz einfach und spielen das mit Peasants aus. Die dienen zur Ablehnung, wenn das Manöver im Hintergrund kommt. Der Chicken Man. Are you ready? Das ist easy. Weil der Chicken Man jetzt escalated. Chicken Man. Warum ist das so? Ich feiere den. Oh, Entschuldigung. Was geht denn hier ab? Oh, das ist nicht so gut. Da kommen Hühner. 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 Jetzt nicht anders. Dann müssen wir auf eine Sache wieder zurückgreifen. Und zwar das da. Und zwei Samurai Meister. Boah, Alter. Was ist das für ein Ding? Das war alles? Kann das jetzt nicht mehr? Was gibt... Wie er gestorben ist? Oh nein. Samurai Meister. Samurai Meister. Kennt kein Versagen. Anscheinend ist schon Level 2 für mich zu schwierig. Aber kein Problem. Denn ich kann Hände strecken. So, wir machen mal davon ein paar. Ein Weihnachtsmann. Alles klar. Okay. Das scheint tatsächlich richtig zu sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob die es besser regeln. Go, Rudolf. We don't give a fuck. Yo, what the fuck, Alter. Wie sehr das so eskaliert. Okay, gut. Die haben ein bisschen was gemacht schon. Okay, Rudolf ist... Rudolf ist tot. Kommt schon, Jungs. Jetzt zieht in die Schlacht. Wir brauchen halt jemanden, der die Schilde weg macht. Das ist das Problem. Die Schilder sind das Problem. Roll die Scheiße. Roll die Scheiße. Roll die Scheiße. Oh, da war unten mal noch welche. Okay, Entschuldigung. Das müsste es tun. Boah, nice. Boah, das war gut. Das war gut. Jetzt ist die große Frage. Scheiße. Immer noch diese Schilder, Alter. Nice, 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 nice. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Wir haben es gemacht. Das war eine Taktik. Geil. Ja, komm. Das nächste ist wieder easy, Alter. Ich kriege eine Kanone ins Face einfach bei dem. Roll hier ganz vorne und die anderen beiden machen Peng. Mein Leben ist... Bang. Jungs, ich glaube an euch. Oh Gott, doch beide nicht auf einen. Schieß doch bitte in die Menge. Jungs. Scheiße, 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 Jungs. Oh Gott. Nur noch zwei, drei. Oh Gott, das wird zu viel. Ich glaube an dich. Oder beim Weihnachtsmann. Komm, wir geben einfach mal einen Fick drauf und machen Weihnachtsmann. Und einen Ninja-Meister. Weihnachtsmann und Ninja-Meister. Das ist eine Kombo. Die habe ich schon immer gelobt. Auch damals. Früher. Let's go, let's go. Du hast Ziel. Du kannst zielen. Ninja-Meister. Jeff. Jeff, der Ninja-Ausch-Meister. Der Ninja-Ausch-Meister. Let's go. Das sind Perspektiven, die ich mag. Wie zieht man denn in den Krieg? Mit einem Ninja- Eister. 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 Ich wollte gerade Eister sagen, aber es ist Alter. Jetzt stirbt nicht da drauf, Jeff. Jeff, der Ninja-Meister sprintet. Die Perspektiven in diesem Film sind unergründlich. Oh Gott. Er fängt an. No problemo, Digga. Ihr probiert es mit Geschützen, sage ich doch. Musketen solltet ihr haben in euer Gesicht. Und wie immer, die Meister von Übersee. Taekwondo. Piu, 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 piu. Oh Gott. Oh Gott, die dürfen die Ninja-Meister nicht töten. Die Ninja-Meister sind für viel später. Shit. Okay, drei Stück noch und zwei Ninja-Meister. Ein Ninja-Meister. Okay, shit, shit, shit. Ninja-Meister. Er lebt noch. Jeff, der Ninja-Meister. Ungeschlagen. Nein, Jeff. Boah, Digga, die Dinger rollen ja los. Was geht denn ab, ey? Das heißt, wir müssen Feuer mit Feuer schlagen. Hillary Clinton. Start. Junge. Sie steht noch. Sie steht immer noch. Hillary, was geht ab bei dir? Der Baum schützt sie. Eine Frau mit Taten. Eine Frau, die Bäume massiert. Oh, heilige Mutter. Das hilft uns ja sogar noch. Los, 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 los. Los, 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 los. Nice. Und jetzt, Hillary. Mach das, was du schon immer gemacht hast. Hillary? Also, ich möchte jetzt... Was ist denn? Also, ähm... Ich möchte auch gerne sagen, dass... Ja, komm rein. Was würdest du dazu sagen jetzt? Das ist der Battlefield-Simulator, ne? Ja. Das habe ich schon mal gesehen bei dir. Das ist meine erste Folge. Bei Paluten. Wir werden oft verwechselt. Wahrscheinlich bei Paluten. Dann hab ich es auf jeden Fall schon gesehen. Ich dachte, du meinst ja... Ist gut, ne? Ist akkurat. Das Spiel passt zu dir halt, weil es ist halt so richtig dumm. Das Spiel passt zu dir halt, weil es ist halt so richtig dumm. So, ich kann's aufgehen jetzt dann wieder. Ich wollte schnell ab. Ich wollte nach Hause gehen. Hey, dich kenn ich doch auch. Du bist doch... Okay. Äh, anscheinend haben wir uns hier irgendwie drastisch festgefahren, Leute. Ich würde jetzt aber auch mal sagen, ich lehne mich... Ich lehne mich aus dem Fenster und sage mal, äh, das war's mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei den Jungs vorbei, schaut bei den Armen vorbei, bei wem auch immer. Lasst gerne, äh, hier ein Abo da, hab ich gerade gesagt, ne? Und einen Like. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es euch gefallen hat. Ich fand's mega geil. Und ich hoffe, wir können das noch ein bisschen zocken. Äh, bis dahin haut rein. Und, äh, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.